Was ist die Pressekonferenz? Was ja heute Nachmittag stattfindet, oder heute Mittag, um korrekt zu sein, mit den Vertretern von Parteien und Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind, zur Frage der Energiewende. Zweitens zur aktuellen Diskussion über die Euro-Krise und in dem Zusammenhang zur Diskussion um Griechenland und Portugal. Drittens zur Diskussion um die Erhöhung der Steuereinnahmen und deren Verwendung. Und wie gesagt, dann viertens zum Tag der Befreiung. Heute Mittag hat die Bundeskanzlerin die Vertreter der im Bundestag vertretenen Parteien und Fraktionen eingeladen, also Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende, um zu informieren über Schritte zum Atomausstieg. Und unsere Position möchte ich nochmal zusammenfassen, die wir auch erwarten von der Bundeskanzlerin, dass sie nicht nur berücksichtigt werden, sondern dass sie auch in der Gesellschaft umgesetzt werden. Erstens müssen die abgeschalteten Atomkraftwerke abgeschaltet bleiben, auch nach dem Ende des Moratoriums, was ja am 15. Juni diesen Jahres ausläuft. Zweitens wollen wir einen Atomausstieg mit straffem Zeitplan. Drittens wollen wir das Atomkartell auflösen. Viertens die Strompreiskontrolle wieder einführen. Fünftens Sozialtarife für Strom. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir wollen die kommunalen Energieversorger stärken. In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass am Wochenende in Bremen die Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Linken sich insbesondere auch mit dem Thema kommunales Eigentum, öffentliches Eigentum, Wiederaufbau von öffentlichen Eigentum auseinandergesetzt hat und auch noch einmal starken Rückenwind gegeben hat für das Projekt, was hier in Berlin Wirtschaftssenator Harald Wolf von der Linken vorgestellt hat, nämlich einen kommunalen Energieversorger für erneuerbare Energien aufzubauen. Zum zweiten Punkt Euro-Krise, Griechenland, Portugal. Am Wochenende gab es ja ein sogenanntes Geheimtreffen der Finanzminister und die Frage ist wohl diskutiert worden, ob Griechenland umgeschuldet werden soll oder nicht. Ich möchte einen kurzen Rückblick geben auf die Diskussion um die Griechenland-Krise beziehungsweise die Unterstützung Griechenlands. Wir haben ja damals im Deutschen Bundestag sehr intensiv die Argumente ausgetauscht und um den richtigen Weg gerungen. Wir haben damals schon kritisiert, dass Griechenland insbesondere von der Regierung Merkel ein Spardiktat aufgezwungen wurde, was zu wirtschaftlichen Verwerfungen in Griechenland führt und das Land auch in die Sackgasse geführt hat. Die Bundesregierung hatte ja versucht, diese Diskussion so zu führen, dass sie meinte, auch nach der Diskussion ein positives Wahlergebnis für die CDU in Nordrhein-Westfalen erreichen zu können. Das ist gescheitert, aber auch, das ist ja bekannt, aber auch der Weg für Griechenland ist nicht akzeptabel. Wir als Linke sind der Auffassung, dass sich die privaten Gläubiger an der Rettung Griechenlands beteiligen müssen und insbesondere ist diese Frage, wie kann Griechenland die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, ja anders zu lösen als durch Restriktionen, sondern durch öffentliche Investitionen. Und natürlich sind auch im Land selber Verbesserungen notwendig, aber die weiteren Restriktionen werden Griechenland nicht wirtschaftlich auf die Beine bringen. Im Zusammenhang mit der Euro-Krise ist ja auch viel von Finanztransaktionssteuer gesprochen worden. Immer wieder hat die Bundeskanzlerin und auch Bundesminister Schäuble gesagt, dass das ein richtiger Weg wäre, aber bisher ist nichts erfolgt und darum werde ich an dieser Stelle nochmal die Forderung der Linken wiederholen, endlich eine Finanztransaktionssteuer durchzusetzen, in Deutschland damit zu beginnen und natürlich das auf europäischer Ebene auch umzusetzen. Dritter Punkt. Wir werden am 10. Mai, also morgen, die Steuerschätzung erfahren. Wir haben jetzt schon gehört, dass es mehr Steuereinnahmen geben wird als ursprünglich vorausgesagt. Wenn man jetzt die ganzen Meldungen zusammennimmt, kann man von ungefähr 19 Milliarden Euro ausgeben. Wir sind der Auffassung, dass sich alle Diskussionen um Steuersenkungen verbieten, sondern es muss der erste Weg sein, Sozialkürzungen zurückzunehmen. Da denke ich als erstes an das Elterngeld, was gestrichen wurde für arbeitslöse Mütter, also Mütter, die Arbeitslosengeld II beziehen. Die Steuereinnahmen könnten genutzt werden, um die Beiträge, die sogenannten Hartz-IV-Beiträge, für Kinder anzuheben. Und die eigentliche Botschaft, die wir haben, ist, wir brauchen endlich ein gerechtes Steuersystem. Vierter Punkt. Ich hatte ja schon kurz angesprochen, was Ihnen ja auch selber aufgefallen ist, dass die Pressekonferenz zwei Stunden eher stattfindet. Heute wird an vielen Orten Berlins dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Befreiung vom Hitlerfaschismus gedacht. Und wichtige Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit der russischen Botschaft oder auf Einladung der russischen Botschaft, finden heute Mittag statt. Darum also diese Vorverlegung. Der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus und seine öffentliche Diskussion und Reflexion sagt mir, dass wir verpflichtet sind, je länger dieses Ereignis zurückliegt, die Anerkennung für die Alliierten der Anti-Hitler-Koalition doch wieder stärker in den Vordergrund zu bringen und auch die Schlussfolgerung aus diesem mörderischen, verheerenden Krieg zu ziehen. Und ein Punkt, der uns als Linken besonders wichtig ist, dass wir den Kampf gegen Rechtsextremismus in Europa gemeinsam führen müssen und dass wir auch hier in Deutschland weitere Schritte tun müssen, um endlich die NPD zu verbieten. Es ist ja immer noch so, dass es in einigen Bundesländern Innenminister gibt, die noch nicht die V-Leute aus den Gremien der NPD zurückgezogen haben. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die Justizministerin, hat sich ja heute auch noch mal geäußert, dass sie kein zweites Erlebnis haben möchte, dass so ein Verbotversuch scheitert. Und darum ist heute auch der Tag, noch einmal darauf hinzuweisen, V-Leute raus aus der NPD und NPD-Verbot beginnen, anschieben und umsetzen. Wir als Linke pflegen natürlich im Zusammenhang mit dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, der Erinnerung an die Jahre des Hitler-Faschismus, viele Traditionen. Zu einer gehört die jährlich durchgeführte Lesung gegen das Vergessen. Die wird morgen wieder um 10 Uhr auf dem Bebelplatz stattfinden, unter anderem mit der über 100-jährigen Schriftstellerin Elfriede Brüning, die als junge Frau selbst Augenzeugin der Bücherverbrennung war und obwohl sie nun inzwischen über 100 Jahre ist, auch aus ihren Büchern lesen wird. Eingeladen und zugesagt hat sein Kommen in diesem Jahr auch der Schauspieler Hans Zischler. Außerdem werden wir wieder Studenten aus verschiedenen Ländern Europas zu Gast haben und wir werden wie immer Schülerinnen und Schüler dort auftreten. Aber es ist eine Veranstaltung der Fraktion Die Linke im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus. Eine Tradition, die wir natürlich aufrechterhalten werden. Ganz kurz möchte ich noch einmal darüber sprechen, dass wir in der vergangenen Woche als Redaktionskommission für das Parteiprogramm in einer dreitägigen Klausur zusammengesessen haben und den Entwurf eines Leitantrags für den Parteitag erarbeitet haben. Ich werde aber erst nach dem, oder wir werden erst nach der Parteivorstandssitzung im Mai über Details sprechen. Ich kann nur kurz resümieren, dass wir in der doch, wie gerne auch beschrieben wird, heterogen zusammengesetzten Redaktionskommission sehr konstruktiv, sehr auf das Ergebnis ausgerichtet gearbeitet und diskutiert haben und dass wir aber, wie gesagt, uns zu näheren Dingen erst nach der Sitzung des Parteivorstandes, wo ja dieser Vorschlag der Redaktionskommission besprochen werden soll, äußern werden. Vielen Dank.